Moin Moin, mein Name ist Jörg und heute geht es mal wieder um eine Innenkamera, schon lange nicht mehr gemacht. Und wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, weißt du, dass ich keine Kameras teste, die nicht irgendwelche Besonderheiten haben. Und die, die hat auf jeden Fall Besonderheiten. Angefangen, wenn du hier siehst, da ist ein Peer-Sensor tatsächlich noch verbaut, bis zu natürlich Onvis, RTSP, aber auch AI an Bord. Das hätte mich alles nicht so interessiert, aber es gibt noch viel, viel mehr, nämlich MQTT, Push-Nachrichten über einen Alarmserver und vieles, vieles mehr. Also sei gespannt auf den Test. Ich freue mich immer über ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und am Ende des Videos ein Däumchen. Schön, dass du da bist. Vorab zur Transparenz. Diese Kamera habe ich mir von Insta gewünscht, hat mir diese also zuschicken lassen. Kommt selten genug vor. Und jetzt zur Kamera selbst. Ja, 2K Plus Auflösung habe ich ja bereits erwähnt. Genauso wie 90 Grad Blickwinkel. Montieren kannst du diese Kamera natürlich auch an der Decke. Das ist gar kein Problem. Du hast auch die Möglichkeit, hier das Ganze zu montieren. Dann hat es natürlich die üblichen Spielchen. Das heißt, hier SD-Karte. Du hast natürlich hier Lautsprecher verbaut. Du hast hier einen Reset-Taster. Du musst also gar nicht rumhantieren. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja, Peer-Sensor habe ich schon erwähnt. Der natürlich wirklich Vorteile bietet. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und auch eine Nachtschaltung, wenn eben dieser Peer-Sensor entsprechend Bewegung detektiert. Ja, die anderen Sachen hatte ich ja auch bereits angesprochen. Das heißt, neben natürlich den üblichen Quasselbüchsen. Das heißt, du hast Amazons Alexa. Du hast Google an Bord. Du hast HomeKit. Die Möglichkeit, das zu inkludieren. Und hast natürlich dann auch noch zusätzlich MQTT. Und hast einen Push-Server. Und noch so einiges mehr. Das heißt, du hast gar kein Problem, das Ganze eben auch in deine Smart Home Automatisierung einzubinden. Oder auch Dinge wie die Synology oder auch andere NAS-Systeme. Gar kein Problem. Denn du hast hier RTS-P-Stream und OnWiV mit an Bord. Wie war das Ganze jetzt mit der Installation? Und hier gibt es schon eine erste kleine Besonderheit. Zumindest für mich. Für die anderen 70% wahrscheinlich eher weniger. Denn die haben eine Fritzbox oder ähnliches. Und hier so eine WPS-Taste. Damit kannst du diese Kamera nämlich direkt in dein WLAN inkludieren, wenn du das möchtest. Das hat bei mir dann so nicht funktioniert mit Unify. Deswegen musste ich den Umweg gehen und erst mal über den RJ45-Stecker einstecken. Das heißt, eine LAN-Verbindung herstellen. Aber ansonsten gab es auch da gar keine Auffälligkeiten. Danach einfach das Ganze mit der App inkludieren. Hinten hast du natürlich entsprechend auch den Code. Also das war wirklich gar kein Hexenwerk und relativ unauffällig. Wenn du das geschafft hast, kannst du natürlich danach das Ganze auch switchen und direkt mit deinem WLAN verbinden. Ja, die ersten Tests sahen eigentlich wirklich vielversprechend aus. Die 2K Plus gehen hier vollkommen in Ordnung, was die Bildqualität betrifft. Und ich finde es leider Gottes ein kleines bisschen überzeichnet, das Ganze. Das heißt, was die Schärfe betrifft und so weiter und so fort. Und lässt sich hier natürlich dann auch schwierig einstellen. Und damit eben herzlich willkommen auf der Web-Oberfläche der Insta-Kamera. Das heißt, es gibt natürlich die App, gehen wir auch gleich noch drauf ein. Aber hier kann man am besten und am meisten eigentlich alles einstellen. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das jetzt an. Gehen wir hier zu natürlich auf die Einstellung oben links, klicken da drauf und sehen hier zum Ersten natürlich das Netzwerk. Live-Video machen wir jetzt mal aus. Das nervt natürlich ein bisschen. IP-Konfiguration, IP-Adresse. Ich habe hier keine manuelle IP zugewiesen. Das heißt die HCP und hier HDP, HDPS-Port. Also alles, wie sich das gehört. Aber das ist jetzt nicht alles selbstverständlich. Du kannst hier natürlich ein TLS-Zertifikat entsprechend uploaden. Und auch die C8-Zertifikate, das heißt zur Überprüfung, können hier eben dann hochgeladen werden. Das ist etwas, das findet sich zum Beispiel nicht bei jeder Kamera. Und als Security-Muckel finde ich das natürlich schon mal wirklich schön. Hier hast du die WLAN-Konfiguration, die du machen kannst. Und dann geht es natürlich auch schon los mit Fernzugriff. Kann man auch hier einen Dyn-DNS-Server benutzen und auch hier eine Auswahl treffen. Das heißt, du hast Duck-DNS an Bord, Dyn-DNS und No-IP. Das heißt so, das eigentlich Übliche ist mit an Bord. Ja, On-Viv natürlich und das Ganze musst du hier aktivieren. Du siehst die Ports entsprechend und natürlich auch den RTSP-Stream kannst du auch dann zulassen oder eben bleiben lassen. Für mich natürlich beides angeschaltet zum Testen. So, kommen wir mal zu den Multimedia-Features. Das heißt, du kannst Audio natürlich auch einstellen. Kannst sagen, ob oder ob nicht. Und Lautsprecher. Ja, nein. Video, da wird es natürlich schon ein bisschen interessanter. Das heißt, ja, die Wiederholungsrate, die Kompression ist hier auf niedrig eingestellt. Die Bitrate hier auf das höchste im Moment, habe ich hier eingestellt. Und ob die eben variabel sein soll. Auch das sind eigentlich so die Standard-Dinge, die man so kennt. Auch die Keyframes. Und hier, ja, Web-UI, HTML5, Videomodus 264, 265. Das ist ja auch wichtig, ja, zum Beispiel für die Quasselbüchsen, Opton Echo Show zum Beispiel, nutzt. Und die Videoauflösung hatten wir ja schon gesagt. 1440p mit 265. Wird später auch noch interessant bei der Synology NAS zum Beispiel, glaube ich. So, dann Build Overlays. Natürlich haben wir das Insta oben hier. Auch das kannst du entsprechend ändern, klar. Und, ja, Privatsphäre-Modus. So, da kommen wir eigentlich zur ersten Besonderheit der Kamera. Denn, ja, die lässt sich in vier Bereiche unterteilen. Und kann natürlich hier bei der Privatsphäre das Ganze auch hier dann, ja, entsprechend aktivieren, die Bereiche. Und kann die natürlich dann auch ziehen. So, kann also für den Einser hier das entsprechend machen und so weiter und so fort. Und das Ganze eben bis zu vier Mal. Wir kommen auch gleich noch auf diese vier Bereiche zu sprechen. Denn auch das ist wirklich eine Besonderheit der Kamera. So, Reset-Taste unten natürlich. Wir brechen das mal ab. Was natürlich ein bisschen schade ist, ja, du siehst es, Privatsphäre-Modus, ja. Kannst du natürlich auch mit deinem Smart Home, denke ich mal, einschalten. Aber, was du natürlich nicht bei der Kamera hast, ist das Ganze hardware-technisch verbaut. Gut. Oder zumindest mal, wenn der Privatsphäre-Modus an ist, das Ganze dann ja irgendwie visuell dargestellt. Das muss natürlich dann jeder selber wissen. Aber vor allen Dingen für eine Innenkamera ist das natürlich etwas, was der ein oder andere gerne hätte. Die Standard-Features, E-Mail und FTP, kannst du natürlich machen. Und das nächste ist die Infrarot-Nachtsicht. Auch das ist ja etwas Besonderes. Denn es sind ja zweimal entsprechend Infrarot-LEDs verbaut. Das heißt, einmal ja die unsichtbaren, einmal die sichtbaren. Und, ja, hier neben den Zeitplänen etc. Und eine Nachtschaltung, die du aktivieren kannst. Und natürlich die Leuchtdauer. Und du siehst es eben hier bei der Peer-Nachtschaltung. Und das finde ich wirklich gut. Das heißt, wenn der Peer-Sensor entsprechend was entdeckt, dann ändert sich das Ganze hier. Und du kannst auch hier, ja, die Schwellwerte einstellen. Habe ich natürlich auch mal gemacht. Das heißt, die Schwellwerte hier eingestellt, um zu gucken, passt das mit dem Schwarz-Weiß-Modus und dem Farbmodus. Wie schaut das Ganze aus? Ja, siehst du entsprechend dann hier. Ja, es ist jetzt immer noch relativ dunkel hier. Und da kann man die Schwellwerte einstellen. Und, ja, nachdem wir eingestellt haben, siehst du jetzt hier eben den farbigen Nachtmodus. So, dann stellen wir jetzt hier das Ganze auch nochmal ein. Und schalten jetzt dann auch an. Und du siehst, jawohl, da sind wir. Zack, wieder umgeschaltet. Also funktioniert es soweit wirklich ganz gut. Schöne Sache das. Ja. Ja, zur SD-Karte brauche ich, glaube ich, nichts großartig sagen. Die Hälfte ist hier noch frei und wird natürlich dann entsprechend überschrieben. So, das war das dazu. Status-LEDs, die beiden lassen sich dann auch ein- und ausschalten. Ja, vor allen Dingen das Blinken der roten LED machen wir jetzt mal aus hier. So, gespeichert. Und schon ist die rote LED aus. Alarmmöglichkeiten. Einmal Aktion. Einmal Alarm aktivieren. Objekterkennung aktivieren. Hatten wir ja schon. Das heißt AI-Fähigkeiten. Das heißt, das Gerät kann erkennen, ob eine Person eben da ist. Ein Fahrzeug. Gut, bei einer Innenkamera meist nicht so wichtig. Oder Tiere. Kann ich leider nicht mehr prüfen. Ja, unsere Katzen sind ja leider nicht mehr da. Aber Person habe ich natürlich gemacht. Habe das auch getestet. Und da kommen wir eben zu der ersten wichtigen Sache. Hatte ja gerade den Peer-Sensor schon entsprechend hier erwähnt gehabt. Und habe den auch hier aktiviert. Und das ist wirklich super. Und habe es auch getestet. Das heißt, ja, Peer-Sensor. Der Peer-Sensor eben mit zusätzlich der Kamera. Das ist eben wirklich eine super Besonderheit. Denn, ja, es wird einmal natürlich erkannt, die Wärmeentwicklung der Person. Das kann der Peer-Sensor entdecken. Und damit natürlich auch viel Erkennung wesentlich deutlicher ausschließen. Und das ist etwas, was natürlich nicht jede Kamera hat. Das heißt, du hast eine Personenerkennung, die eben durch den Peer auch noch unterstützt wird. Habe das ja auch getestet, indem ich wirklich in vielen verschiedenen Situationen irgendwas anderes dahin gehalten hatte. Und einfach geguckt habe, ob und was entsprechend auslöst. Und muss sagen, es hat auch wirklich super soweit funktioniert. Einzig und allein, wenn du wirklich auf 100% Sensibilität eingestellt hattest. Dann hat er bei den Übergängen, schwarz-weiß auf Tag und so weiter, etc. Dann ab und an mal ein paar Fehlerkennungen gemacht. Aber das war wahrscheinlich wirklich softwaretechnisch. Einfach ein kleines bisschen runterstellen. Und die Welt war wieder vollkommen in Ordnung. Ja, du siehst es. Hier sind auch diese gekoppelten Bereiche. Das heißt, vier Bereiche, die möglich sind, zeige ich dir auch gleich nochmal. Und diese Bereiche haben auch eine Besonderheit, was Smart Home betrifft. Denn die kannst du dann übergeben. Ja, ein Audioalarm kann man natürlich auch entsprechend aktivieren. Ist eigentlich laut genug, das Ganze. So, hier ist der besprochene Alarmbereich mit den vier Bereichen, die eben rot, blau, grün, gelb sind. Die kannst du jeweils aktivieren, deaktivieren und die Sensibilität einstellen. Das ist eine schöne Sache. Und das zusammen kann dann, wie gesagt, auch im Smart Home übermittelt werden. Zeitpläne brauche ich, glaube ich, nicht großartig drauf eingehen. Kannst du erstellen. Und ein Push kannst du auch machen. Das heißt, eine Benachrichtigung direkt eben auf das Smartphone, das Tablet, etc. Und ein Ruheintervall. Hier kannst du einstellen, wie lange soll es dauern, bis er eben dann wieder aktiviert. Aufgaben, eine Fotoserie kannst du erstellen lassen, SD, E-Mail oder FTP-Server. Kannst das natürlich auch für die Videoaufnahme erstellen. Du siehst wirklich umfangreich das Ganze. Ja, beim System brauche ich nicht großartig auf eingehen. Das heißt, du hast eine Benutzerführung, das Konto. Da kannst du natürlich auch eine Cloud-Funktionalität entsprechend machen. Du hast eine Web-UI und kannst hier zum Beispiel sogar einen Dark-Mode machen. Also wirklich viele Möglichkeiten, die das Ganze hat. Hier ein System-Logbuch, Update, Backup & Restore, Werks-Reset, etc. Cloud hatten wir es ja gerade schon von. Also eine Cloud existiert. Cloud-Speicherpläne ab 2,50. Da musst du allerdings das Jahresteil abschließen. Cloud ist deswegen wichtig, natürlich für Eco-Shows, Googles Geräte und so weiter. Und das ist dann die Basis-Cloud, die du da bekommst. Und die bleibt dir auf jeden Fall auch. Wenn du aber in die Cloud speichern möchtest, dann musst du natürlich auch einen anderen abschließen. Also nicht den Basis, wie du hier dann siehst. Und es ist wohl auch so, dass nochmal Erfassungen Plus da sind. Das heißt, es wird wohl da auch nochmal so einiges an AI-Features dann innerhalb der Cloud geben. Das Ganze habe ich jetzt hier nicht getestet. Und dann kommen wir wirklich zu einer schönen Sache. Nämlich den Alarmserver. Und du siehst es, ich habe das hier schon eingebunden. Ich habe hier die 0.230, ist mein MQTT-Server genommen. Habe viermal die 8 als Port genommen hier. Ja, und habe auch gesagt, hängen wir hier mal Alarmauslöser an. Dann bin ich hergegangen und habe das mit NetCut gemacht. Da kann ich hier auch so eine Art Web-Server mal einen schnellen, ja, emulieren, sage ich einfach mal. Und habe geschaut, was passiert. Und du siehst es, ja, es kommt an. Alles cool. Und du siehst auch wirklich dann die Parameter, die angehangen werden. Und du siehst die entsprechende Zone hier, die da auch mit übermittelt wird. Also, alles in allen. Ist das schon mal eine schöne Möglichkeit, wenn du eben nichts anderes hast oder schnell was einrichten möchtest. Damit kann man doch schon mal so einiges anfangen. Aber das ist natürlich nicht alles. Denn natürlich hast du die Möglichkeit, Alexa zu machen, Google HomeKit zu machen und natürlich sogar If This Then That. Was mich durchaus sogar wundert, muss mir ja den Hut vorziehen. Denn If This Then That kostet mittlerweile eine Firma richtig Geld. Und dass das doch trotzdem möglich ist, ist doch schon mal schön. Denn MQTT ist auch möglich, das schauen wir uns hier mal ganz, ganz kurz erst mal, ja, in mein Moskito an. Da musst du auch wirklich ein bisschen aufpassen. Wenn du MQTT nutzt, schau mal hier das große Ausrufezeichen. Denn hier gibt es eine Kleinkonfiguration und ich hänge dir ja alle, ja, ich sag mal, Dinge an Dokumentation an. Und ich glaube, da war es anders beschrieben und habe ja das Ganze hier geändert. Last Willen Testament of Connection und Online Offline hier. Da musst du dann entsprechend wirklich mal schauen und möglicherweise ändern. Aber ansonsten hat sich das auch unauffällig verhalten. Das heißt, ja, das geht zum MQTT Server und alles schön. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns das auch noch etwas genauer an, was eben die Inkludierung in ein Smart Home System betrifft. Ich nehme dafür natürlich Home Assistant her und habe natürlich auch erst die OnViv-Sache versucht gehabt und die hatte nicht geklappt. Warum auch immer, da gehe ich allerdings wirklich davon aus, dass die neue OnViv-Implementierung in Home Assistant im Moment noch nicht drin ist. Denn bei Synology hat das nun wieder ohne Probleme funktioniert. Also alles gut soweit. Aber du kannst das mit Genericam dann auch ohne Probleme einwenden. Hat auch geklappt. Steht in der Dokumentation, die wirklich, wirklich sehr, sehr umfangreich ist, wie das halt ab und an mit einer Dokumentation ist. Das ein oder andere mag dann irgendwo natürlich auch mal veraltet sein. Ja, aber du siehst es, soweit hat alles geklappt. Wir haben den Stream, also da können wir schon mal einen Haken vorsetzen. Und ansonsten haben wir das Ganze ja schon in meinem Moskito drinne. Das heißt, die MQDT-Nachrichten, Broker, etc. So, aber wie ist das denn jetzt? Ja, als, sage ich mal, Advanced User von Home Assistant, IOProker, was auch immer, ist es natürlich so, dass du sagst, ja, das ist doch gar kein Problem. Dann gehe ich entsprechend her und stelle mir das Ganze dann ein. Auch hier gibt es noch eine Hilfestellung, das heißt ein Python-Skript, was geschrieben wurde von der Firma Insta, was du für nutzen kannst und dir natürlich entsprechend, ja, das Ganze dann soweit schon mal vorkonfiguriert. Also hier ein Däumchen, aber ich würde mir hier wirklich trotzdem wünschen für die User, die natürlich eben noch nicht so gewieft sind, denn es ist natürlich schon einiges zu tun, um auch so ein Python-Skript dann entsprechend auszuführen. Auch wenn die Dokumentation dafür wirklich gut ist, könnte man doch trotzdem hergehen, das Ganze in Home Assistant Community Store zum Beispiel mit reintun, muss man ja gar nicht viel mehr tun. Und ähnlich wie es das auch für Shelleys gibt oder gab, ne, gibt glaube ich noch, die MQDT-Dinge dort eben reinpacken, Autosuche und so weiter und so fort und das Ganze dort schon vorkonfigurieren, so, dass man eigentlich sonst eben nichts weiter tun muss. Das nächste Kapitel ist die Cloud und da gehört meines Erachtens nach noch ein bisschen Aufmerksamkeit von Insta dazu. Die App an sich ist wirklich gut, ist funktionabel, passt soweit alles, kann man eigentlich nicht klagen, sind alle Funktionalitäten vorhanden, die du siehst, die man entsprechend braucht. Das heißt, zwei Wege, Audio etc. ist natürlich alles soweit vorhanden. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber, ich wollte darüber erstmal die Cloud-Funktionalität einstellen, erstmal mit meinem iPhone und das Registrieren in die Cloud hat soweit funktioniert. Das Anmelden allerdings, da fehle mir der Submit-Button und auch ein Klicken irgendwie außerhalb des Ganzen, ja, hat nichts gebracht, konnte da machen, was ich wollte, hat soweit nicht funktioniert. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich, dann ab in die Kommentare. Ergo bin ich natürlich dann auf Android ausgewiegen. Da hat das soweit funktioniert. Aber, jetzt kommen wir zum Kasus Knackdus, wo ich dann, ja, Alexa einbinden wollte oder Google einbinden wollte. Das heißt, die Checkboxen anklicken. Da hat er mich dann voll gemotzt mit der ID, die ich noch bräuchte, aber die wird auch automatisch vergeben. Oder, denn ich konnte danach in die Web-Oberfläche gehen und konnte das ohne Probleme entsprechend aktivieren. Also, da habe ich ein paar Fragezeichen. Das funktioniert noch nicht so richtig. Zum Glück, nachdem ich mich in der App angemeldet hatte, hat er zumindest die Sachen übertragen. Das heißt, im Cloud-Zugang mit der Web-Oberfläche konnte ich da entsprechend alles machen. Und dort gibt es auch noch ein paar kleine Zusatzdinge wie Kfz-Kennzeichen und vieles mehr. Das allerdings wahrscheinlich dann in der Plus-Variante, die ich ja jetzt seit einem Monat zur Verfügung habe. Sieht wirklich alles soweit ganz nett aus und auch dort sind die Funktionalitäten ganz witzig, muss ich sagen. Das heißt, die Kamera selber hat wirklich, wirklich einen Mehrwert. Aber mehr gleich dazu im Fazit. Nichtsdestotrotz, wenn ich dann wieder da auf die App-Funktionalität eingehe, da habe ich dann auch auf Person wieder geklickt und dann wurde mir da wieder gesagt, das ist nicht in meinem Speicherplan drin. Ist es aber doch. Also, du siehst, da sind noch so ein paar Inkonsistenzen. Wie gesagt, hier nochmal ein kleines Augenmerk hoffentlich mal draufgelegt. Aber auch ansonsten, was die Cloud betrifft. Und Datenschutz natürlich vor allen Dingen, denn da hat es in letzter Zeit ja öfters ein paar Problemchen gegeben. Also, die Datenschutzerklärung sieht soweit okay aus. Es sind deutsche Server. Auch das ist schon mal viel wert. Das heißt, deine Daten werden nicht irgendwie nach China übertragen. Von dem her ist natürlich schon mal ein Däumchen hoch. HTTPS das Ganze. Also, soweit schon mal wirklich schön. Aber du brauchst natürlich die Cloud nicht unbedingt. Nur für die Zusatzfeatures oder wenn du natürlich dann auch, ja, dich nicht auf deine SD-Karte verlassen möchtest, dann ist das natürlich ganz klipp und klar. So, jetzt noch schnell das Ganze installiert für die Amazon-Quasselbüchse. Das heißt Insta und dann schauen wir uns das entsprechend gleich noch an. Alexa, zeige mir die Kamera Insta. Okay. So, 21, 22. Dauert. Aber das liegt auch an dem Echo Show 5. Der ist ja sowieso schon überfordert. So, und da bin ich. Alexa, Startseite. So, du hast es gesehen. Die Verzögerung ist natürlich präsent. Das ist bei allen aber logischerweise, denn natürlich einmal Cloud zu Insta, Insta natürlich zu Amazon und zum Gerät selber. Das dauert. Das sind mindestens mal drei, vier Sekunden im Normalfall. Das geht leider nicht anders. Dafür hast du ja eigentlich die Möglichkeit des Smart Homes. Da ist das natürlich wesentlich schneller, das Ganze. So, wie schaut es ansonsten aus mit Apple? Ja, auch das hat ohne Probleme funktioniert. Einzubinden gar kein Problem. Einzigen allein HomeKit Secure ist im Moment noch nicht verfügbar. Das wird noch ein, zwei Monate dauern. Aber sie sind da auf jeden Fall dran. Also, von dem her, was die Cloud betrifft, die Cloud-Funktionalität selber, ja, alles gut. Amazon funktioniert, Apple funktioniert, Google spare ich mir jetzt mal, wird wahrscheinlich dann auch funktionieren. Soweit ganz schön. Wie gesagt, das Ganze zwischen App und dem Webzugang Cloud, da sind noch so ein paar kleine Problemchen, die sollte man vielleicht noch in den Griff kriegen. So, du siehst schon, ich könnte noch stundenlang erzählen über diese Kamera. Aber das Video wird jetzt sowieso schon eine halbe Stunde. Also, jetzt das Fazit dazu. Du hast es gesehen. Es ist eine besondere Kamera. Denn du hast ja auf jeden Fall hier noch den Peer-Sensor. Das heißt, habe ich dir ja gesagt gehabt, schöne Sache. Du kannst damit auf jeden Fall Menschen erkennen, indem du halt noch die Wärmeabstrahlung entsprechend detektieren kannst. Außerdem cool. Natürlich, wenn du weiter weg bist, hast du die vier Zonen und bekommst diese vier Zonen auch gemeldet in dein Smart Home, wenn du möchtest. Dazu hast du natürlich OnViv-Standard und hast ja RTSP-Stream, also auch das Check-Cloud-Funktionalität hast du auch. Funktioniert auch wunderbar, bis auf natürlich die paar kleinen Problemchen zwischen der App und der Cloud. Wenn ich irgendwas ändern wollte, das war ein bisschen merkwürdig. Okay, lassen wir jetzt mal dahingestellt, dass die Cloud noch ein paar nette Zusatzfeatures hat. Auch soweit Check. Schön. Funktioniert. Was Smart Home betrifft, könnte ich natürlich wirklich noch Stunden erzählen und vor allen Dingen natürlich dir sagen, wie das wirklich richtig eingebunden wird. Das wollte ich jetzt heute nicht auch noch machen, sonst wäre das Video wirklich explodiert. Wie möchtest du mehr dazu wissen und da ein zweites Video, wie man das in Home Assistant integriert, schreibe es mir sehr gerne unten in die Kommentare. In I.O. Broker, weiß ich nicht, ob Stand heute noch das so ist, gibt es vielleicht noch ein kleines Problemchen, was dann auch MQTT betrifft, aber sie waren dran, da nachzuschauen. Also solltest du in I.O. Broker da mit der Kamera ein kleines Problem haben, lass es mich mal sehr gerne unten wissen. Das ist bestimmt auch für Insta selber interessant. Ja, und für wen ist jetzt diese Kamera, wenn du siehst, dass sie eben weitaus mehr als 100 Euro kostet. Es gibt auch schon Kameras, die 30 Euro kosten, RTSP streamen können. Ja, aber dann war es das auch. Hier hast du halt die Zusatzfeatures. Das heißt, wenn du eben eine Kamera brauchst, die erstens so gut wie keine Fehlerkennung hat, wenn du von mir aus wissen möchtest, ob von links nach rechts, von rechts nach links jemand gekommen ist, ob du eine wirkliche Personenerkennung haben möchtest oder, oder, oder. Du siehst es, da könnte ich die ganze Zeit weiter so machen, das vernünftig in dein Smart Home integriert haben möchtest, dann solltest du dir diese Kamera überlegen. Wenn du einfach nur mal wissen möchtest, wie es bei dir zu Hause aussieht und auch ansonsten kein Smart Home hast, dann ist diese Kamera vielleicht nichts für dich. Für alle anderen, die eine solide Kamera mit Cloud in Deutschland wollen und so weiter und so fort, für die kann ich diese Kamera durchaus empfehlen. Es gibt noch so die 1-2 Kinken, das ist richtig, aber die ist ja auch wirklich frisch auf dem Markt und ich werde definitiv in einem halben Jahr oder so dann dazu nochmal einen zweiten Bericht machen. Hast du noch Fragen, dann lass es mich wirklich sehr, sehr gerne unten wissen und ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo und die Glocke nicht vergessen, denn es gibt fast jedes Wochenende Testberichte und natürlich am Mittwoch die Smart Home News unter der Woche. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du ein Abo da lässt und ansonsten ein Däumchen, wenn dir das Video gefallen hat, Kommentare sind natürlich auch erwünscht und ansonsten bis demnächst. Ciao, ciao, euer Jörg. Ciao, ciao.